SENTINELS! Und zwar sah das damals so aus, wenn man sich Spiele angucken wollte, dann konnte man sich Spielzeitschriften holen. Auf diesen CDs waren Demos und die Demos sahen so aus, die hat man sich auf den Rechner installiert und konnte dann so die ersten zwei Level oder so meistens spielen. Und das habe ich relativ oft gespielt. Das ist, ich meine, das ist so eine Art Jagged Alliance im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise irgendwie so ein bisschen komplizierter kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dieses Level habe ich richtig oft gespielt. Ich wollte mir auch das Spiel kaufen, aber dann habe ich damals die schockierende Nachricht bekommen, dass damals mein bester Freund zu der Zeit fast gestorben wäre und es hat mich so schockiert damals, dass ich das Spiel danach nie wieder angefasst habe. Aber jetzt ist das okay, ich fühle mich nicht getriggert oder so. Alles gut. So, das ist Silent Storm Sentinels. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus von der Perspektive her. So, gucken wir mal rund um. Ach, ja, natürlich, das Spiel ist natürlich ein bisschen zu alt für WASD. Das Spiel müsste so von 2001, 2002 so in der Ecke rum sein. Okay. Ach, ich kenne das noch. Also, ich kenne dieses Level noch. Und zwar ist das hier so ein relativ kleines Level. Und zwar haben wir hier so ein Haus mit Balkon. Dann haben wir hier so ein anderes Haus. Dann haben wir hier noch ein Haus mit einem kleineren Balkon. Und ein Haus mit so einer großen Glasfront. Wie drehe ich denn die Kamera? Okay, die Nase hat mir das kurz erklärt. Die Kamera manipuliere ich, indem ich Steuerung gedrückt halte. Dann kann die Kamera wahrscheinlich... Ah, genau. Die Kamera kann ich drehen, wenn ich Steuerung gedrückt halte. Und ich kann die Kamera kippen, wenn ich Steuerung gedrückt halte. Das ist ja hochinteressant. Und zwar ist das eines der früheren 3D-Spiele. Und bei diesen frühen 3D-Spielen hat man meistens so eine richtig komische Kamerasteuerung. Man hat also keine isometrische Perspektive, sondern man muss, um die Übersicht zu behalten, die ganze Zeit die Kamera drehen. Okay, das ist aber nicht so mega schwer. Hier kann man zoomen. Das werden meine zwei Leute sein. So, an was kann ich mich von dem Spiel erinnern? Ich glaube, hier sind dann so Gegner. Ah, ich habe jetzt so viel gleichzeitig zu erklären. Und zwar, das hier ist sozusagen eine Art Jagged Alliance in 3D. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sind unsere zwei Leute. Das sind Tobi und Sam. Die werden wir hier durch die Gegend bewegen. Was hatte man denn alles? Es gab viele Besonderheiten. Das Spiel hat mich auch damals relativ fasziniert, wegen der vielen Waffen im Spiel. Und zwar gibt es hier, meine ich, sehr, sehr viele verschiedene Waffen. Ich weiß nicht, ob das für heutige Maßstäbe auch noch viel ist. Was haben wir hier? Gucken wir mal. Das ist eine Togreff TT-33. Und das wird ein Springfield sein. Springfield M19-17-Scope. Da ist was falsch. Das müsste eigentlich ein M19-07 sein. Da ist eine 1 falsch. So, aber ich wollte jetzt gar nicht so schnell Waffen gucken. Ich würde mal sagen, erst mal Gameplay. So, gucken wir mal, dass wir hier durchkommen. Ich meine, wir müssen hier irgendwo einen Verbündeten befreien. Ich meine, in dem Haus ist er im Badezimmer. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, was, was? Es gibt so viel. Ich meine, sie ist eine Scharfschützin. Ich meine, es gibt so Charakterklassen. Ich meine, vier bis fünf Stück. Sie ist Scharfschützin. Er ist MP-Schütze. Das ist Sam. Genau, er müsste eine MP-40. Ach nee, eine MP-38 haben. So, dann gehen wir mal los. Was kann man denn hier nochmal machen? Ähm, ach so, genau hier kann man bestimmen, wie genau man schießt. Hier bestimmt man, ob man rennt oder nicht. Ich würde mal sagen, man rennt. Ach, wir sind schon direkt im Rundenmodus. Dann rennen wir schnell mal hier hinter den Baum. Ich glaube, man muss, wenn man rauskommt, muss man sofort irgendwo hinrennen. Das reicht nicht ganz. Ähm, 54 Punkte. Rächt das um? Ja, hier reicht es. So, End of Turn. Ich meine, das muss man unbedingt machen, sonst wird man sofort beschossen oder sowas komisches. Kann ich mich noch dran erinnern. Wie gesagt, damals bei den Demos, bei der Games, da sah es so aus. Man hatte halt so ein Spiel, man hatte halt nur die zwei Level. Und wenn man Bock auf das Spiel hat, hat man einfach die ganze Zeit die zwei Level gespielt. Oh, hier ist so ein Plus. Charakter Panel. Okay, es sieht relativ Jagged Alliance mäßig aus. Strange Dexterity, Intelligence, Shooting, Melee Throwing, Snipe, Burst, Heidspot. Okay, beziehen sie das so ein bisschen Jagged Alliance mäßig aus. Ah, stimmt, genau. Man hatte so einen Diablo mäßigen Skilltree. Was haben wir denn? Ach, die können sich, genau, die können sich an Waffen gewöhnen. Das heißt, wenn ich jetzt eben die MP40 bzw. die MP28 in die Hand drücke und damit die ganze Zeit rumballert, gewöhnt er sich an die Waffe. Und wird dann immer besser damit. Aber ich glaube, dann vergisst er die auch schnell. Ich glaube, das war schlecht. Ignore Wounds. This ability lessens the effect of wounds on accuracy. Okay, wenn ich angeschossen werde, dann ziel ich schlechter. Also weniger, wenn ich den Skill habe. Das ist irgendein Herz. Look for free. This ability allows the character to look around for zero. Das ist richtig geil. Sich umzugucken, ohne dafür Aktionspunkte zu bezahlen, ist ultra cool. Okay, sie hat einen anderen Skilltree. Ist das der Typ vom Blitzkrieg Cover? Der kommt mir gerade sehr bekannt vor, der Typ hier. Also der Deutsche hier mit dem Stahling. Und hat natürlich normalerweise einen MG42 in der Hand. Egal, gucken wir mal. Look for free hat sie auch. Pistol Specialization. Brauchen wir für den Scharfschützen, glaube ich, nicht so unbedingt. Better Careful Shot. This ability increases the accuracy by 5% when using careful shots. Genau, man hat hier so Feuermoodie und sowas. Ach, das ist sehr viel. Gleichzeitig, was ist das? Shots through cover. This ability reduces the effective nerve of enemy cover by 100% when shooting. Was ist das denn? Sorgt das dafür, dass ich meine geistige Fähigkeit dazu einsetze, dass Geschosse eher durch Deckung gehen oder was? Ach, stimmt. Da komme ich gleich zu. Ich glaube, ich brauche das da. Das Spiel hat, meine ich, eine zerstörbare Umgebung. Und ich meine, wenn ich mit meiner Tokarev hier nur lang genug gegen die Wand hier schieße, dann sieht das irgendwann so aus, dass in der Wand dann wirklich ein Loch drin ist. Aber ich glaube, da muss ich für 20 Magazine reinballern oder so. Ach, stimmt. Man kann bei dem Spiel auch seinen Schwierigkeitsgrad selber bestimmen. Ich meine, man kann sich das Spiel sozusagen selber balancen, indem man die Genauigkeit der Gegner, die eine Genauigkeit, die Gesundheit der Gegner und die eine Gesundheit bestimmen kann. Man kann das Spiel auch so einstellen, dass halt man die ganze Zeit daneben trifft und die Gegner noch mega viel Leben haben und wenn man sozusagen, keine Ahnung, so hunderte Schuss selbst aus einem Repetiergewehr mit Zielvisier auf den Gegner abgibt und nie trifft und alles drumherum im Gegner, also rund um den Gegner sind schon Löcher in den Wänden und so weiter. Aber ich glaube, ich spiele einfach erstmal. So, das ist ein Gebäude. Wie war das mit den Gebäuden? Okay, danke, Nase. Die Nase hat mir jetzt erklärt. Steuerung gedrückt lassen und Mausrad. Ach, stimmt. Man hat hier so Sims-artige Gebäude. Und ich glaube, das war auch das Spiel, wo man überall rein kann. Ich glaube, ich muss gar nicht durch die Tür, sondern ich kann direkt durchs Fenster. Genau, das geht natürlich von außen auf. So, dann kriechen die ja gerade durchs Fenster. Ach, genau. Man muss immer das Rennen wieder wegmachen. So, Küche. Hier ist nichts. Ich glaube, ich meine, irgendwo, irgendwo hier in dem Haus ist aber jemand. Ähm, was hat das zu bedeuten? Start? Stimmt, ich kann hier jederzeit Start Combat machen. Dann gehen die die ganze Zeit automatisch in den Rundenmodus rein. Das geht ja bei Jacket Alliance nicht. Ach so, sie ist Civilian. Kann ich mit ihr reden oder so? Ach, stimmt. Wie bei Jacket Alliance kann ich einfach nur Plätze tauschen. Ach, genau. Das war das. Und zwar bei Jacket Alliance ist ja das Hören relativ komisch. Und zwar bei Jacket Alliance kriegt man ja das, was man hört, nur per Textnachricht. Zum Beispiel, lautes Geräusch im Osten oder sowas. Und hier hat man immer diese roten Männchen, wenn man irgendwas hört. Ich weiß nicht, welches Geräusch sie macht, dass man sie die ganze Zeit hören kann. Rülps rausgeschnitten und weiter geht's nach oben. Ich meine, auf dem Balkon ist jemand. Hä? Was zum... Was haben die denn gerade gemacht? Ach, sie sitzt einfach mal auf dem Treppengeländer. Ja, lol. Genau. Das war das auch. Und zwar bewegt die sich teilweise total komisch, wenn man denen irgendwas sagt. So, geh mal hier hin. Okay, sie ist jetzt wieder runtergehopst. Und sie geht jetzt hier. Okay. Ich meine, auf dem Balkon ist jemand. So, drehen. So, entweder... Der steht garantiert hier hinter der Tür. Oh nein, genau in der anderen Richtung. It will slow me, but I'll be... Autsch! Okay, was ist... Stimmt. Achso, ach, kurz zur Geschichte. Und zwar, die Geschichte geht irgendwie so. Wir sind nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir irgendwie so eine Sicherheitsorganisation, die so Widerstandsnester von der Wehrwolf-Organisation oder sowas ausheben muss. Und aus dem Grund kämpfen wir größtenteils nur gegen irgendwelche Rentner, beziehungsweise am Anfang. Okay, dann drehen wir uns mal um. Ach stimmt, hier sind diese verschiedenen Schussdinger. Und zwar haben wir hier Snapshot, da treffen wir nur eine Dose. Und Aimed Shot, da treffen wir... einen Taschenkalender. So, Snapshot. Okay. 13 AP. Scheiße, du wird 80. Treffer. Ah, scheiße. Wie kann man denn das versauberten? Alter, was für eine dumme... Alter. Ah, stimmt. Okay, das war das Spiel. Okay, ich musste kurz die Nase was fragen. Und zwar, die Nase sagt, das läuft auf dem ganz normalen, leichten Schwierigkeitsgrad. Und zwar war das das Spiel, wo man nie trifft. Wenn man das auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielt, dann trifft man nie. Man macht wirklich solche Crap-Shots, wie hier mit der Toker FTT 3-3 einfach mal vor dem Typen in den Boden schießen. Treffer? Hat sogar Blut, das Spiel. Ah, das war das Spiel, wo die Leute sich nicht treffen, wenn sie genau vor einem stehen. Accidental Shot. Okay, der hat das automatisch... Okay, das kann ich hier nicht mehr. Am besten gehe ich jetzt einen Schritt beiseite. Nein, das war nicht, was du tun solltest. Verdammt, okay, jetzt muss Sam wieder die Tür aufmachen. Ich mach mal die Tür auf. Kannst du irgendwie... Ah, sehr gut. So, was kann er denn? Ach, das ist jetzt... Okay, jetzt weiß ich wieder. Er kann Short Burst und Long Burst. Das heißt, er kann keinen Einzelstoß abgeben. Sondern er kann mit einer Maschinenpistole... Ich glaube, mit allen automatischen Waffen kann man nur bestimmen, ob man einen kurzen oder einen langen Feuerstoß machen möchte. Ist genauso wie ein Jagged Alliance. Ein Jagged Alliance kann man ja auch, wenn man halt eine Waffe hat, die man im Feuerstoß abschießt, auch im Original Jagged Alliance. Im Original Jagged Alliance kann man dann auch nicht bestimmen, wie präzise man schießt. Das heißt, kein Einzelstoß. Obwohl, das stimmt doch auch. Moment mal. In der MP28 und der MP40 haben ja kein Einzelfeuer. So. So. Und wir haben ihn besiegt und wir haben sein Gewehr. Was... Ach, stimmt. Das war auch so ein kleines Ärgernis. Und zwar, die fallen irgendwie immer... Also die Leute fallen die ganze Zeit auf ihre eigenen Waffen drauf. Was ist ein bisschen komisch. Was ist denn das hier? Das hat einen Stacking Hook. Und das hat eine Griff... Was ist denn das? Ist das... Ist das ein Karabiner 98 AZ oder was? Kostet mich auch nur zwei Punkte, das aufzusammeln. Noch mal zwei AP. Und End of Turn. Genau. Die Gegner, die sind hier wie in Jagged Alliance. Das heißt, die werden nicht durchsucht. Also man durchsucht nicht die Leiche, sondern die lassen alles fallen. Allerdings mit Ragdoll-Physik. Und das hat den großen Nachteil. Die fallen immer auf ihre eigenen Magazine drauf. Das heißt, man muss die immer packen. Im Gegensatz zu Jagged Alliance kann man hier auch Leute packen. Und ich glaube, den kann man vom Balkon schmeißen, oder? Ich habe damals als Kind eigentlich nur... Teilweise auch nur Crap gemacht in solchen Spielen. Genau, das hat Dragdoll. Äh, ne, ich wollte nicht Start Combat. End of Turn. Wie in Jagged Alliance sieht das hier auch so aus, dass hier, wenn man hier keinen Gegner mehr hat... Genau, dann geht man aus dem Modus raus. Dann steht hier nur Start Combat, so. Ach, schade. Ich dachte, man könnte... Ich dachte, man könnte ihn vom Balkon werfen. Muss ich in einer gewissen Reihenfolge stehen? Wie kann ich mich denn drehen? Ah, wie in Jagged Alliance auch kann ich mich mit L drehen. Okay. Okay, er dreht sich aber automatisch. Das ist aber von seinem Magazin rund. Hat er nur eins verloren? Schade. So, ich meine, es ist relativ praktisch, wenn man sie nimmt, hier in die Ecke bei dem Blumenbeet geht, sich dann duckt und dann irgendwie auf die Straße aufpasst oder sowas. Ich drücke einfach mal L. Natürlich mit dem Gewehr. Hatte sie nicht auch noch so eine ganz komische Art, sich irgendwie hinzusetzen oder so? Ne, ich glaube, man muss ja... Ja, jetzt guckt sie genau nach vorne. So, jetzt haben wir Sam. So, was haben wir denn hier eingesammelt? Das ist ein Mauser M98. Eingerichtet für die Patrone 792x57mm. Mauser. Was ist denn das? Das ist... Okay, sie guckt sich halt so ein bisschen... Was soll denn das sein? Das ist ein bisschen komisch. Vielleicht ist das irgendeine ausländische Version, die ich nicht kenne. Wie gesagt, irgendwie fehlt der Kammerstängel. Wie gesagt, hier gab es, meine ich, so ganz viele verschiedene Versionen von Waffen. Okay, das konnte man hier looten. Komm, komm doch mal hoch. In Jagged Alliance kann man ja irgendwie jeden scheiß Schrank aufmachen. Das ist... Geil. Er springt schon wieder übers Geländer, weil die coolen Kids das so tun. Ich glaube, Loot... Also so ein Loot-System gibt es hier nicht. Und das mit Steuerung gedrückt halten mit den Pfeiltasten ist gewöhnungsbedürftig. So, wenn man das mit einer Hand macht, dann geht es aber eigentlich. So, dann gucken wir mal hier. Was ist denn das M? Achso, jetzt muss ich natürlich wieder... Okay, Steuerung, Mausrad. Steuerung, Mausrad ist M. Was bedeutet das denn? So, wie ging es denn weiter? Ich meine, im nächsten Haus... ...ist jetzt ein Verbündeter, den ich retten kann. Sag ich am besten hier durchs Fenster. Die Leute hier sind sehr unvorsichtig. Man kann hier überall die Fenster von außen aufmachen. So, richtig looten kann man hier im Gegensatz zu den Jagged Alliance nicht. Obwohl, in Jagged Alliance ist es auch selten, dass man in Häusern wirklich mal irgendwas... ...bauchbares findet. Jetzt abgesehen mal von dem einen Porno-Video. So. Ich meine, hier im Bad ist der Typ. Jetzt möchte ich schon wieder drehen. Das ist... ...unhaupt nicht kompliziert. Und ich glaube, die Wegfindung war auch relativ komisch. Civilian. Character Heard. Okay, mit ihm kann ich tauschen. Ich meine, hier im Bad ist jetzt ein Verbündeter. Nee, dann ist das im nächsten Haus. Ich glaube, im nächsten Haus sind auch schon Gegner. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie schwer das Spiel war. Wie gut ich das jetzt kennen müsste. So, Moment, Übersicht. Ach, jetzt kann ich auch in die anderen Häuser reingucken. Aber ich weiß, dass hier welche drin sind, die mich dann aus dem Fenster hier beschießen. Von da weiß ich nicht, soll ich Tobi hier oben lassen? Oder soll ich Tobi mitnehmen? Ich glaube, ich habe das Spiel eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Kann sein, dass es die absolute Fehlentscheidung meines Lebens ist, Tobi jetzt nachzuholen. Aber ich schnappe mir mal die gute. So, die kann aber auch aufrecht gehen. Gibt es hier so eine Art Stamina wie in Jagdall 1? Ich sehe hier keinen Balken für. Das hier wird Gesundheit sein. Der Grüne, das ist Munition. Übrigens können die mal nachladen. So, ich würde mir ja gerne die Waffen in einem zweiten Teil angucken. Okay, dann, nee, das ist, nee, das ist Rennen. Auch Hocken. Nein, 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 nein. Ja, die Steuerung war manchmal ein bisschen schwierig. So, ich peile jetzt hier 20 Minuten für den ersten Part an. So, genaues, ähm, Waffen angucken können wir auch noch wann anders machen. Was war denn besser? Ist das, okay, Steuerung, Mausrad runter. Ne, geh mal durchs Fenster. Ah, da ist jemand. Da ist jemand, der hat hinter der Couch Steckung genommen. So, drehen. Fragezeichen, genau. Die Gegner haben so spezielle Stati, nenne ich das mal, in denen die sein können. Die können irgendwie aufgeregt sein. Ich meine, es geht doch, aua. Da seht ihr, das Glas geht kaputt. Es geht ja auch viel um Schleichen, denn das Spiel heißt ja auch Silent Storm. Aber zum Schleichen war ich da immer ein bisschen zu ungeschickt. Sehe ich den? Ne, muss ich das Fenster erst aufmachen. Ne, ich sehe ihn nicht. Aber wenn ich hier mit ihr das andere Fenster aufmache... Müsste ich ihn sehen können, oder? Guck, guck. Oh, er setzt den Hero-Schutzschild ein. Verdammt, was machen wir jetzt? Ich glaube, Zivilisten darf man nicht töten. Ich glaube, es gibt einen großen Abzug. Wir machen erstmal End of Turn. Lauf weg. Ah, sehr gut. Was hat er? Was gönnt er sich? Er gönnt sich eine Luger. Leider nicht Gold. Also ist das wahrscheinlich doch nicht Rudi. Okay, Nachleiteranimation für die Zeit sogar eigentlich noch ganz okay. Okay, er nimmt Deckung hinter dem Wohnzimmertisch. Leider kein Fliesentisch. Okay, wer kann ihn wo sehen? Und da kommt noch ein zweiter Rentner von oben. Er gönnt sich Mauser. Also ich würde mal sagen, er geht erstmal auf den Typen mit der Mauser. Leider nicht getroffen. Kann ich nochmal. Leider auch nicht getroffen. Wie sieht es aus mit Tobi? Ach ne, das ist ein Interrupt für Dragon Alliance. Nur er darf ziehen. So, Sam geht auf ihn. Ich sehe schon, das wird kein 20 Minuten. Und er schießt einfach nur so richtig übel daneben. AP Reduction. Ach, man kann ihn doch AP abziehen. So, Sisi sieht keinen von beiden. Ich meine, wenn die grausen, sieht Sisi nicht. Ich gehe mal einen nach hier. Und drehe mich dann mit L wieder. Und jetzt kann sie ihn sehen. So, ich meine, das Ganze ist ein bisschen... Sie trifft ja gar nichts. Okay, sie muss nachladen. Ich glaube, ich muss mal eine Stufe Eingang höher schalten. Wir treffen jetzt nicht nur Dosen, sondern wir treffen jetzt auch den Kalender. Dann weiß der Gegner nicht mehr, welcher Tag ist. Das hat einen taktischen Vorteil. Au. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich mich heile. Ich glaube, es gibt auch Blutung wie in Dragon Alliance. So, Mr. Mauser kommt weiter die Treppe runter. Ich meine, das war auch immer so ein kleines Problem. Ach, jetzt ist die Kamera zurückgegangen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass manchmal die Kamera solche Highlight Shots macht. Also die Kamera so nah an Sachen ranzoomt. Das ist allerdings auch ein geiles Thumbnail, oder? Ich glaube, ich schieße jetzt mit Sam auf ihn. Thumbnail mit Mündungsfeuer kommen immer besser. Der trifft ja auch fast gar nichts. Der kann man auf die Entfernung mit einer MP40 bzw. MP38 nicht treffen. Und sie trifft irgendwie nur den Sessel. Und jeder weiß, Sessel sind schusssicher. Ich glaube, ich wechsle mal auf das Scharfschützengewehr. Obwohl ich habe in Erinnerung, dass man irgendwie auf nahe Distanz immer, wenn es irgendwie geht, eine Pistole benutzen sollte. Und ich meine, ich weiß, was Airline Turn ist. Oh ja, er leidet ziemlich und jetzt das Fenster zerschossen. Habe ich nicht eben das Fenster aufgemacht? Und die Gardinen sind schon relativ, sind schon zerfetzt. So, jetzt wieder Sam. Versuchen, ihn zu treffen. Accidental Shot. Ah, das war auch eine interessante Einrichtung. Und zwar, wenn man einen Gegner trifft, dann kann es sein, dass die versehentlichen Schuss... Wie viel Leben haben... Wie viel Gesundheit haben die denn? Okay, er ist erledigt. Und ein Magazin kullert einfach die Treppe runter. Das sieht zwar witzig aus, aber ich meine, im Spiel kann das relativ ärgerlich sein, wenn einem dann wichtige Gegenstände irgendwie in der Gegend rumkullern. So, jetzt benutzen wir das Scharfschützengewehr. Careful Shot. This mode is... In this mode, the character will fire one shot using all available APs for best chance of hitting the tug. Ach so, genau. Mehrladegewehre sind unglaublich langsam, weil die nur dann wirklich Sinn ergeben, es ergibt nur dann wirklich Sinn, sie einzusetzen, wenn man das hier macht. Und dann kann man pro Runde immer nur einmal schießen. Aber dann trifft man meistens auch. Ah, und das war der komische Sitz. Sie hat so einen komischen V-Sitz drauf. Und sie legt gerade hier ihr Scharfschützengewehr hier auf der Bank ab. Aber ich glaube nicht, dass das einen Bonus bringt. Wir haben ihn zumindest getroffen. Aber wer hält denn auf die Entfernung eine Patrone in den Abmessungen? 762 Springfield? Okay, das ist eine komische Umschreibung. Für 3006 eigentlich müsste das 3006 heißen. Aber 762 Springfield? Egal. Wir gucken, dass wir hier durchkommen. Mit dem Kampf unter, ich würde mal sagen, 25 Minuten Part. Und in den nächsten 25 Minuten, da gehe ich dann aber ein bisschen mit den Waffen ab. Okay, Sam ist fast hinüber und das Fenster hat es zerlegt. Ich glaube, jetzt muss ich aber einfach gleich... Ich meine, es gibt ein Inventar. Okay, jetzt hat er so ein bisschen Angst. Jetzt hat er so seinen Mund auf. Und ich hoffe... Ah, verdammt, er muss nachladen. Hat keine AP mehr. So, gucken wir, Inventar. Okay, Inventar sieht cool aus. Hier sehen wir nochmal ein Groß... Oh, er hat sogar eine richtig... Ich meine, er hat eine einigermaßen deutsche Uniform. Ach, ich kann ihn drehen. Sehr gut. Er hat eine einigermaßen deutsche Uniform. Und er hat auch die passenden Magazintaschen. Oh, fuck. Er blutet. Das ist kein gutes Zeichen. Ich hoffe... Ich hoffe... Okay. Bleeding. Okay, er hat eine Unterbrechung, wo er nichts mit anfangen kann. Ah, verdammt, ich hätte Entdeckung gehen können. Aber er stellt sich so hin, dass ich ihn wahrscheinlich gleich treffe. Und sie hören irgendwas hinter sich. Ich hoffe, es ist ein Zivilist. Wenn das jetzt noch ein Gegner ist, dann habe ich ein großes Problem. So, was macht er? Sich am besten rumdrehen zu gucken, was er ist. Er ist ein Gegner, aber auch wieder so ein Kampfrentner. Aber zumindest... Okay, der Kampfrentner rennt so ein bisschen weg. Jetzt versuche ich mit ihr hier. Okay, er ist erledigt. Jetzt bleibt die Kamera aber so. Stimmt. Shift runter. Und zwar immer... Die Kamera verstellt sich. Man muss sie immer zurückstellen. Was hat sie denn im Inventar? Okay, da ist auch nichts Medizinisches bei. Das ist die Tokarev. Das ist eine Axt. Und ich meine... Es ist eine bessere Idee, uns das Ganze in der nächsten Folge anzugucken. Und jetzt weiß ich auch, warum sie eigentlich hier oben auf dem Balkon bleiben sollte. Damit sie hier Leute wie Inni abfahren kann. Allerdings würde ich sagen, 25 Minuten ist eigentlich vollkommen okay. Dann werden wir uns die ganzen Waffen in der nächsten Folge ansehen. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr eins von meinen Videos gucken. Und ein Video von dem anderen Kanal gucken. Dann würde ich mich noch ganz herzlich über Follower bei Instagram und Twitter freuen. Und dann bis dann.